Hallo meine Lieben, es ist wieder Nachhaltigkeitsfreitag und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ich Dinge aufbewahre. Wir machen das nicht mehr mit der Alufolie oder sonstigen Wegwerfartikeln, sondern wir benutzen diese Dosen hier unter anderem. Diese Dosen haben einen Silikonring oben in ihrem Deckel und können dadurch nicht auslaufen und lassen die Lebensmittel, die enthalten sind, einfach viel länger frisch sein. Und es laufen wirklich keine Flüssigkeiten aus. Ich habe damit wirklich schon Suppe transportiert und Chips bleiben zum Beispiel viel länger frisch in diesen Dosen. Also man muss sie nicht nach zwei, drei Tagen entsorgen, sondern kann sie also tatsächlich mehrere Tage bis Wochen sogar in diesen Dosen aufbewahren und sie bleiben immer schön knackig und frisch. Ebenso mit frischen Lebensmitteln wie Obst etc. bleibt da drin einfach länger haltbar. Folgt mir für mehr von solchen tollen Tipps.